nächste folge nächstes glück wir sind immer noch im straßen rennen ich habe auch dorst nice drive Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Junge. Alter, wenn der mir jetzt das Rennen versaut, ne? Oh Gott. 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 Oh ja! Oh ja! Oh ja, das ist so süß! Ich weiß es natürlich nicht. Hey, you got off lucky, homie. Oh ja, das ist so süß! Oh ja, das ist so süß! Oh ja, das ist so süß! Oh ja! Oh ja, das ist so süß! 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 Oh ja! Oh ja! So geht die Bustür aber nicht auf. Erstmal Druckluft aufladen, einen Moment. Links, rechts und Gras. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich über einen Bordschein geknallt bin. Keine Ahnung, was das war. Natürlich bin ich so einer, allerdings nicht. Dank? Danke. Danke. Hey, sorry I'm late. It's my first day on the job. Ja da 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 da. Nächste Haltestelle, Downtown West. Umstieg zu den Linien 641, 642 und zu der Aufzugslinie 645. Der fährt halt wirklich überrot, ne? Ja, ja, ja. Wie, das ist falscher Linienweg. Nein, 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 nein. Das ist eine neue Linie. Wir sind hier Linie 548. Schönen guten Tag, hallo. Das ist halt echt so, ne? So, die grünphase schaffen wir noch. Du kriegst den Bus nicht mehr. Du hast Pech gehabt. Für dich halte ich nicht an. Alles, was du kannst. Hey, komm in. Wir sind los. Ach, die Uhr sagt 5 Minuten, das geht doch. Ob ich nach Downtown fahre? Sag mal, hast du mal auf der Matrix geguckt, Junge? Lesen kannst du anscheinend nicht. Ja, was? Stand Downtown oben drauf? Vollidiot. Steigst du in den falschen Bus ein, oder wat? Oh, schau. Ja, Junge, fahr doch vorbei. Ich mach doch keinen Rotlichtverstoß jetzt für dich hier. Okay. Was? Ich mach doch keine Riefer hier. Oh. Oh, Mann. Oh. Oh. Oh, Mann. Oh. 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 Vollidiot, aber ehrlich. Was ist das denn? Läge, läge, läge? Das wird nur ein Fett. Herr Penny, nicht? Verrückst du dich? Lass dich über das. Spendthrift! Hey! Klamm ihn auf die Stadt! Sag ich, was fragst du? Das ist nur ein Fett. Du wissen wie es ist. Du wissen wie es ist. Hallo! Ach so, das ist die Handbremse, oder? Ah, okay, ich verstehe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also erstens, US-Busse besitzen keine Dorflinge. Zweitens, was geht? Schönen guten Tag, Pikachu! Wie geht's dir? Ich wollte grad springen, aber ich weiß nicht wie das geht. Greenlight? Gut zu gehen! Ah! Ich kann nicht mal Fahrrad fahren. Gut, nehmen wir uns mal das Auto eines Behinderten. Was ist? Den Kasten für den Kasten! Sooo! DoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDo! Ich hab das Gefühl, wir müssen das hier durchziehen. Ich denke, ich bin dran! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wollt irgendwas. Ja, ich zocken nebenbei. Ja, dann mach doch lieber zocken, anstatt hier zuzuschauen. Nein, ich habe gesagt, ich komme, also komme ich. Oh Gott, das will ich gar nicht wissen, ob du kommst. Erscheinen reicht mir vollkommen. Oh nein, nicht bitte schon wieder Nacht, ey. Oh Gott, du hast mich, Mann. Oh Gott, du hast mich, Mann. Oh Gott, du weißt, wie du diese Gesichtspunkte anstatt? Ja, ich werde es herausfinden. Wir machen das, Mann? Okay, ich bin auf. Du kannst die Sticks benutzen, um die Kamera zu bewegen. Zoom in und aus. Es wird auf die Pedestrierung mit der 2012 S.A. State-License gehören. Wenn du sie aufhörst, der Scanner accesst die Datenbüse und erzeugt ihre Rekord. Hey! Wir sehen, ob wir den Scannen können, mein Freund! Musik Howard, du hast den Mann gehört, wo immer du willst! Du hast meinen Freund african-amerikanischen Afrikant für eine minor infraction? Der L.S.P.D. disgust hat mich! Das ist nicht ich! Ich meine, es gibt ein paar Schmerzen in der Department, aber irgendwelche accusation von einer racisten Kultur... Du willst mich? Du kannst die Freude! Wir machen die Gemeinschaft, aber wir haben minoritische Quotas! Ja, 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 du hast eine minoritische Quotas! Ich würde... Schau, bitte! Wir sind so weit in den letzten zwei Jahre! Oh, du kannst du das Ding mit einer Hand und fliegen mit der anderen! Komm her, Franklin! Wir sind in Position über Howwick Avenue. Was ist der Name der Suspekt? Der Name ist Chad Mulligan, all right? Chad Mulligan! Chad Mulligan! Roger that! Two guys on the rooftop goin' at it! Lady downstairs in the bikini! Let's see if we can check the dots! Not our suspect! Not our suspect! Wrong suspect! Huh? Come in, Franklin! Suspect's not in the area! I repeat, suspect not found in the area! All right, all right! We might be a couple blocks east today! Roger that! Roger that! Wait, what time do we have to go? All right, what time do we have to go, Solido? Sorry, we have to go. This isn't the one! Look at these two going at it! Nothing like a middle-aged throat fucked in a dinghy back alley that proves romance ain't dead! so bestimmt wieder der letzte überhaupt nicht auffällig übrigens der heli ist auch komplett leise und so nicht Hold on! Wait! You should come out from behind that building! Suspect's on foot! Okay, I see the chopper. I ain't far away. Suspect stopped walking. Appears to be accessing a small garage. Alright, alright, just sit. I'm gonna get the call. Hey, motherfucker! Oh, shit! Shit! Oh, fuck! What happened? Hey, look, just stay on him, man, and let me know where he is. Suspect sighted going south on Dutch Drive. Suspect going west down alley toward El Rancho. Where is? Car going north on El Rancho. Woo-woo-woo-woo! All units be advised, we have a possible Joyrider heading west on Howick in a black sea-type. Hey, man, you getting other cops on this shit? Nah, homie. I'd appreciate your authenticity. Oh, okay. Well, I fucking don't. We have reports of dangerous driving in your sector. Uh, what is this chopper unit three? Reports are greatly exaggerated. Over. Your boy Chad very nearly totaled the score. Oh, Chad, that was close. All right, I see him. I see him. I'm moving in. I'm gonna show him how to try that thing. Hey, where this fucking ass is at? Suspect back on Del Perro heading west. Frank, you gotta speed this up. He's getting away. Hey, you my eyes, Frank. Reckless driver sighted crossing Dorset Drive. Suspect sighted near the life invader offices. He's turned into an alley off Del Perro. You see him? Lost sight of suspect near a parking garage. Request ground units to investigate. Pilot boy! Pick us down. I need to see inside the building. Slow and steady. This camera's giving me a little air sickness. I get violent when I'm queasy. No, I'm sorry. I'll keep her steady. All garage exits clear. Suspect is in the building. I can't see him. Need some help here, fly boy. Where is he? Uh, you can toggle the thermal vision if you think that would help. Oh! Well, you might have just earned yourself a reprieve. You know, I think I'm developing feelings for you. All right. Oh, this might help. Hey! You can still see me, right? I'm in the middle of the garage. I've got you. Hey, you're reading all the heat signatures on this level? Oh! Near side of the garage. On my left, there's a man in a car. This better be him. This better be the guy. Hey, that's the motherfucker. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car might be worth something. Whoa, whoa, whoa! It's yours, man! Enjoy! Really? Slip it down! Fine work, ground unit! Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Ah! Puta madre! Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just the dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dawg. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. At least the ball hurt. Come on, why not? It's about time I settle down. Shit, man. You need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dawg. But she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you. You are just like Michael. You are just like Michael. Will you be there? I hear I have nothing to miss. Tell me. If you believe it. Think the big girl. Come when. Thanks, Ben. Untertitelung des ZDF, 2020 Lufthansa 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 Die Passagiere da drinnen müssen sich auch denken, what the fuck is wrong with this guy? Der Jäger. Kann ich den nicht mal wegrammen hier? Ah fuck, drüber geflogen. Das ist Zeppelin, die hat keine Fahrgäste. Ja, was ist denn die Kabine da unten? Wenn da der Fahrer drin sitzt. Pikachu, hast du nicht gesagt schwere Geschütze? Also, Explosionswaffen? Maze. Irgendwas mit Maze. Oh Gott. Ja, schon. Aber du hast ihn oft ger... Ja, ich dachte, man kann den nicht zerstören. Buss. 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 Was? Buss. Buss. Der hat gar nicht geraucht, der Heli. Der hat gar nicht geraucht. Irgendwie, dass die Rotorblätter jetzt ab sind oder ich weiß auch nicht. What the fuck? Oh, jetzt fängt es wieder an zu pissen, ey. Ich könnte kotzen. So, wir wollten eigentlich hier runter machen Mace Bank Tower ist die Bank von Los Santos Und naja, es ist ein Fahrzeug Was, die Mace Bank ist ein Fahrzeug? Also ja, kannst du es zerstören Die Rotorblätter sind kaputt Ey So, wir sehen uns in der nächsten Folge Und bis dahin würde ich mich wie immer verabschieden Tschüss